Willkommen, wir senden euch Grüße aus Amerika, in Los Angeles, California. Einige sagen, dass Amerika der zentrale Einfluss auf den westlichen Kulturkreis sei, aber aus uns selbst kriegen wir gar nichts hin. Wenn wir Schulterschluss machen, dann ist uns alles möglich. Daher im Geiste der Einheit senden wir unsere Liebe zu allen Nationen. Wir alle brauchen einander. Wir sollten uns alle gegenseitig dienen. Und die Welt wird an unserer Liebe erkennen, dass wir eins sind. Und wir lieben euch alle. Applaus Wir, das Volk, wir können nicht mehr. Es ist vorbei. Die Tage des machtgierigen und blutdürstigen Kriegstreibens sind gezählt. Unsere Führung strebt Ziel an, die nicht der Vision und dem Verlangen der Herzen des Volkes entsprechen. Applaus As multicultural as our nation may be, when it comes right down to it, no one wants war. So multikulturell unser Volk auch sein mag, unterm Strich will niemand Krieg. Applaus 240 Jahre ago, our forefathers won the independence from a government with a long train of abuses and usurpations. Vor 240 Jahren errangen unsere Vorfahren die Unabhängigkeit von einer Herrschaft der Misshandlungen und Enteignungen. Sadly, we have been abused yet again by a small few, sold into a false pride and faulty security. Leider sind wir erneut diesen Misshandlungen zum Opfer gefallen. Durch ein paar wenige wurden wir verkauft als Sklaven eines falschen Stolzes und einer fehlerbehafteten Sicherheit. Unsere junge Nation hat sich in einen terrorverbreitenden Schlägertyp verwandelt, der sich nährt von den Ängsten und Unsicherheiten anderer Länder. Applaus Unsere Herzen sind schwer mit Schuldgefühl für jedes verlorene Leben, jede Familie, die entzweit wurde, jede List und jeden Schrei. Der Schaden, den wir dem geringsten dieser Opfer zugefügt haben, zerstört uns selber. Wir sind du, wir sind eins, das ist unser Herz. Das ist es, was wir beschützen und pflegen wollen. Ausgegossene Liebe für unseren Nächsten. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das glauben wir, diese neue Matrix ist der Wirken. Amerika, China, Russland.